Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie in wirklich erlesener Schar hier begrüßen zu dürfen und ich bin auch sehr glücklich, dass dieser Abend heute hier stattfinden kann, die Ausstellung aufgebaut ist, meine Kooperationspartner auch anreisen durften aus Wien, weil ich, wie ich auch schon beim Beethoven-Filmfest gesagt habe, ich eigentlich immer der Meinung bin, ein Jubiläum ist ein Jubiläum und dass man es natürlich auch, soweit es möglich ist, zumindest in bestimmten Maße dann auch genau in diesem Jahr feiern sollte. Wenn ich Sie jetzt alle begrüße als wirklich ganz mir wichtige Schar, kleine Schar, vorgegeben natürlich durch die uns allen bekannten Bedingungen und auch erst meine zweite Ausstellungseröffnung an einem anderen Ort, die einzige Ausstellungseröffnung, die ich nicht im eigenen Museum gemacht habe, seit ich hier in Bonn bin. Da fand allerdings auch dann die Ausstellung, die ich kuratiert habe in der Bundeskunsthalle Stadt, liegt jetzt auch schon 20 Jahre zurück, also sozusagen war er mein einziger Auftritt und wie lange der schon zurückliegt, können Sie vielleicht daran ermessen, dass damals der Altbundeskanzler Kohl noch nicht lange Altbundeskanzler gewesen ist. Also von daher ist das heute dann tatsächlich eine den besonderen Umständen geschuldete, ja fast Premiere einer Ausstellungseröffnung. Aber ich bin glücklich, dass es eben auch am Rhein liegt, also nicht sehr weit vom Arndhaus entfernt und ich denke, von daher ist eine gewisse, zumindest innere Verbindung zwischen Ausstellungsort und Ausstellungseröffnung gegeben. Die große Beschränkung brachte mir allerdings auch den Vorteil, dass ich sehr, sehr gezielt einladen konnte, wenn Sie so wollen, wie zu einer eigenen Feier, weil es ist ganz klar für mich immer beherrschend gewesen als Vorsatz, dass man natürlich Leihgeber einlädt, die Autoren für die Kataloge, dass man die Leute einlädt, die einem geholfen haben, unterstützt haben und natürlich auch die, die immer schon dem Museum und seinen Aktivitäten und Veranstaltungen mit großer Begeisterung über viele Jahre treu geblieben sind. Und das konnte man natürlich dann trotz beschränkter Anzahl sehr gut realisieren. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass die meisten von Ihnen direkt auch zugesagt haben. Ich freue mich natürlich auch besonders, zwei Herren hier vorne begrüßen zu können, die eine Institution repräsentieren. Herr Böker vor mir, Sie kennen ihn natürlich alle schon mittlerweile auch schon ziemlich lange als Direktor des Beethoven-Hauses, aber heute ist er auch, und was mich betrifft, nicht nur als Kollege hier, sondern vor allem als künstlerischer Geschäftsführer, ich hoffe, das ist jetzt ganz richtig formuliert, der Jubiläums-GmbH, wie wir alle wissen, diese schönen Kürzel, BTHVN 2020, ist genau auch hier vorne sehr gut erkennbar. Und neben ihm Herr Dr. Plate, der an dieser Jubiläumsgesellschaft auch schon seit über, wie viele Jahren? Also auf jeden Fall seit mindestens drei Jahren an sehr wichtiger und auch für mich außerordentlich hilfreicher Stelle tätig ist. Und deshalb danke ich Ihnen sehr, weil ohne die Jubiläums-GmbH, die Sie hier repräsentieren, hätte ich natürlich gar nicht die Möglichkeiten gehabt, diese Ausstellung zu realisieren. Dann erlauben Sie mir natürlich noch einen ganz, ganz herzlichen Gruß. Ich bin jetzt fast geblendet von Ihnen, liebe Frau Prof. Fuchs, lieber Herr Prof. Biber, weil hier das Licht, Sie sind sozusagen fast in einem ganz wunderbaren Lichtkegel. Meine wirklich, ja man kann ja schon sagen, ganz freundschaftlich seit vielen, ja man müsste schon sagen Jahrzehnten verbundenen Wiener Kollegen von der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, also insbesondere natürlich diese Einrichtung, die Sie in diesem Gesellschaft vertreten, nämlich das Archiv, die Bibliothek und Sammlungen. Und ich habe nochmal zurückgerechnet, dass unsere Zusammenarbeit mittlerweile ja sehr lange und noch vor der Jahrtausendwende lag. Begonnen hat sie nämlich auch bei Beethoven, also die erste unmittelbare Zusammenarbeit mit Professor Biber. Frau Prof. Fuchs war damals gerade noch nicht am Archiv tätig, liegt wirklich 1995 und war Monument für Beethoven. Das war sozusagen unsere erste Begegnung, die wir auch in Köln dann sozusagen genommen haben. Und jetzt stehen wir wieder hier und innerhalb dieser Jahrzehnte haben wir, glaube ich, viele wunderbare Sachen zusammen gemacht. Und das schweißt dann auch in jeder Hinsicht zusammen. Ansonsten, Sie wissen es, war ich darauf bedacht, vor allem Autoren und Leihgeber einzuladen. Das ist natürlich Herr Böker, aber vertreten dann eben durch seine Kolleginnen am Haus, Frau Dr. Ronge und Frau Dr. Kempken nochmal ganz intensiv vertreten, weil es ist ganz klar, wenn man in Bonn zu Beethoven etwas macht, kommt man natürlich nicht ohne das Beethovenhaus aus. Die weiter entfernten Leihgeber konnten natürlich nicht kommen, weil das war sozusagen jetzt für die Wiener Kollegen, die ja auch schon mit ihrer Betreuung auch noch die Leihgaben vom Zentralarchiv des Deutschen Ordens mitgebracht haben, war das ja ohnehin schon eine durchaus nicht so ganz einfache Sache, hier mit allen Sachen nach Bonn zu kommen. Und vielleicht darf ich es noch erwähnen, was die Fülle der Leihgaben betrifft, ist unser Kooperationspartner tatsächlich eine Wucht. Wir haben in der Ausstellung etwas mehr als 200 Exponate und fast 80 kommen aus dem Archiv der Bibliothek und Sammlungen der Gesellschaft der Musikfreunde. Also das ist schon ein gewaltiger Anteil, würde ich sagen. Aber schön ist es doch, dass, wenn auch nicht viele Leihgebervertreter hier sein können, dass einige Autoren, von denen ich wusste, dass sie, auch wenn sie nicht in Bonn, sondern ein bisschen in der Umgebung wohnen, vielleicht es dann doch schaffen zu kommen. Und da ist dann doch eine ganze Reihe hier. Und bei Autoren ahnen Sie es schon, da geht es um den Katalog. Und da muss ich auch gleich das Eingeständnis machen. Er ist nicht fertig, er ist noch nicht aus der Druckerei. Es lag weniger, also ich kann jetzt nicht mal ein Druckerei-Bashing betreiben. Es lag einfach daran, dass ich zu spät abgegeben habe, um die Druckerei so unter Druck setzen zu können, heute noch zu liefern. Also Sie werden sich noch so 10 bis 14 Arbeitstage gedulden müssen, bis dieser wirklich sehr schöne Katalog erscheint. Damit Sie aber ungefähr sehen, was alles in der Ausstellung zu sehen ist, der Katalog wird eben eine Fülle von Abbildungen bieten. So gut wie zu jedem dieser über 200 Exponate habe ich mir zumindest ausgedacht an dieser Stelle, dass wir in einer stillen Slow Motion alle Abbildungen von denen in der Ausstellung gezeigten Exponaten inklusive irgendwann kommt dann auch mal schon das Cover des Ausstellungskatalogs, damit Sie da auch schon eine gewisse Vorfreude entwickeln können, hinter uns auftauchen. Ja, Sie wissen alle, dass wir diese Ausstellung schon zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt geplant haben, unmittelbar nach Ostern. Aber wir alle wissen, dass Anfang März war es schon sehr unwahrscheinlich und nach dem 15. März völlig ausgeschlossen. Und ich weiß noch, wie wir uns dann im Sommer, Herr Professor Biber und ich, im Sommer, im Frühsommer dann über ein mögliches neues Datum, waren wir immer so schwankend, dass man sagte, soll man es vielleicht dann Ende August oder im September, dann gab es natürlich diese oder jene Beweggründe dafür oder dagegen. Und irgendwann haben wir uns dann eben auf dieses Datum geeinigt. Und ich glaube, so ungefähr vor 14 Tagen haben wir gesagt, hm, ist ja vielleicht haarscharf. Ein bisschen später wüssten wir schon wieder gar nicht, ob wir überhaupt hier stehen und eine Ausstellung eröffnen könnten. Nicht einmal in diesem kleinen Rahmen. Ansonsten denke ich mir, ist man in den Ausstellungshäusern und ich glaube, alle, die in Museen tätig sind, wissen das eigentlich bestens aufgehoben, weil die Beschränkungen pro Quadratmeter, also wie viele Personen pro Quadratmeter oder umgekehrt, wie viele Quadratmeter pro Person überhaupt dann zulässig sind, sind ja nie aufgehoben worden oder aufgeweicht worden. Und ich denke, jeder, der reingeht, kann eigentlich schon ein sehr sicheres Gefühl haben, nie jemandem zu nahe zu kommen, um sich selbst oder andere zu gefährden. Also von daher hoffe ich, wenn nicht alle immer auf einmal kommen, dass das dann doch etwas ist, was man sich bis zum Ende der Ausstellung, Ende Januar oder auf Österreichisch Ende Jänner anschauen kann, dass es dann doch eben sehr viele interessierte Besucher findet. Sie wissen, der Ausstellungsbogen spannt sich eben von Beethovens Zeit in Bonn, geht natürlich noch ein bisschen davor, aber eindeutig eben auch bis nach 1800, wo er ja schon längst nicht mehr in Bonn war, aber im Zusammenhang seiner ursprünglich ja mit einem kurfürstlichen Stipendium verbundenen Reise, zweiten Reise nach Wien und der Tatsache, dass er nie aus diesem Dienst entlassen worden ist, zumindest nicht offiziell, haben wir immer gesagt, bis 1801, bis zum Tod des Kurfürsten, wo ja auch das Heilige Römische Reich zwar nicht mehr faktisch, aber noch normativ bestanden hat, war Beethoven tatsächlich immer noch ein Untertan Kur Kölns und natürlich auch ein Angestellter der Hofkapelle. Von daher war dieser Schnitt, Zeitschnitt, wie ich finde, durchaus gerechtfertigt und außerdem spielen sich ja gerade in den 90er Jahren noch sehr, sehr viele dieser engeren Bonn-Wien-Beziehungen ab, mit dem Nachzug sowohl von Verwandten wie auch Freunden teilweise aufenthalten und wie der Rückkehr hier ins Rheinland und dem Verbleib mancher in Wien. Also von daher ist das doch noch so eine Zeit, die diese engen Bindungen, die zum Teil natürlich bis zum Tod Beethovens halten, aber gerade in dieser Zeit ja noch sehr intensiv dargestellt werden. Und vor allen Dingen natürlich auch eine Zeit, in der vieles, was Beethoven hier in Bonn schon in Ansätzen oder vielleicht auch schon mehr oder weniger fertig hatte, dann in Wien entsprechend umgearbeitet, erweitert und durch seine Studien, von denen Sie noch hören werden, natürlich dann auch noch in andere Formen. Aber es ist eine Zeit, die sich eben ganz intensiv beeinflusst und deshalb auch dieser Zeitschnitt. Ansonsten würde ich vielleicht nur gerne sagen, dass ich diese Woche unglaublich viele sehr nette Mails und Anrufe bekommen habe, die mir einerseits gratuliert haben, dass jetzt diese Eröffnung der Ausstellung möglich ist, aber sie haben mich auch drin bestärkt, dass nicht für alle alter Kram alter Kram ist und man sich natürlich oder man schon schätzt, wenn es Leute gibt, da bin ich ja nicht allein, wenn man Dinge, die eben vor 200, 250, 300 Jahren oder vielleicht auch nur vor 100 Jahren entstanden ist, versucht, mit entsprechender Recherche und Akribie in die Gegenwart zu holen. Etwas in die Zukunft zu holen, finde ich, ist immer schwierig, weil wir in der Zukunft selbst ja nicht leben und sich man dann schon sozusagen einen Protagonisten im Science-Fiction-Bereich aussuchen müsste, um sozusagen das in irgendeiner Weise interpretativ zu schaffen, aber in die Gegenwart zu holen. Ich glaube, das haben wir immer alle versucht und das ist auch unser Bemühen. Und jemand schrieb mir auch, ansonsten wäre es ja auch ein merkwürdiges Unterfangen, dass man sich heute mit der Interpretation von vor 250 Jahren geschriebenen Noten beschäftigt, weil das ungefähr dann das Gleiche wäre, wenn man dann sagt, das Umfeld ist eigentlich uninteressant und das andere ist völlig neutral, so für sich zu sehen. Ja, ich hoffe, Sie kommen ab morgen in die Ausstellung und schauen sich an, was wir zusammengetragen haben. Ich würde mich auch freuen, wenn dann viele, die Autoren kriegen das natürlich dann sofort auch, sobald die Exemplare da sind, den Katalog zugeschickt. Natürlich auch alle relevanten Stellen, die uns geholfen haben. Aber im Besonderen möchte ich jetzt gleich meine zwei Kooperationspartner bitten, Ihnen mit speziellen Vorträgen auch noch ein paar sehr intensive Aspekte der Ausstellung oder auch der Beiträge im Katalog vorzustellen, weil es gibt ja immer diese eine, also eine Figur Beethoven und sein Bonner Umfeld, was in der Ausstellung eben entsprechend beleuchtet wird, damit man eben sieht, in welcher Atmosphäre Beethoven aufgewachsen ist, wobei ich vielleicht noch hinzufügen möchte, deshalb hatte ich auch einen Autor, der heute hier ist, gebeten, da mal einen Vergleich anzustellen. Bonn war schon etwas Besonderes als Residenzstadt mit diesem ganzen kulturellen und aufgeklärten Umfeld, aber es war natürlich nicht die einzige Residenzstadt, die entsprechendes zu bieten hatte. Gerade wenn man die rheinischen Kurfürstentümer nimmt, war das, wenn man so möchte, in Mainz, Koblenz nicht sehr viel anders. Also wer da das Glück hatte, vielleicht dann als Talent erkannt und in einem bestimmten Umfeld aufzuwachsen, hätte vermutlich ähnliche Möglichkeiten gehabt. Also das war mir auch sehr wichtig. Wir haben auch heute noch mal über die Bedeutung oder die Vielfältigkeit von Lesegesellschaften in vielen Residenzstädten des gesamten Heiligen Römischen Reichs gesprochen. Also ein Solitär war es nicht, aber es war schon etwas Besonderes im Zusammenhang mit dem, was dann eben zu einer bestimmten Zeitstellung hier in Bonn zusammengekommen ist. Aber das ist nur das eine. Das andere ist ja die Figur, die dann aus Wien kommt, Maximilian Franz. Und das war ein ganz wichtiges Thema, was Professor Biber eben auch beleuchtet hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was er hier sozusagen der aus Wien kommende jüngste Sohn des Kaiserpaares, was er eben schon an musikalischer Entwicklung und Interesse, Verständnis mitgebracht hat. Und natürlich das auch dann hier in Bonn neben allen anderen Bemühungen in seiner Regierungszeit und in dem, was ihm auch im Hofstaat wichtig war, dann auch entsprechend umgesetzt hat. Und das sicherlich auch der Teppich war, auf dem dann so viel gedeihen konnte. Lieber Herr Professor Biber, darf ich Sie einfach jetzt, nachdem ich hier das abziehe und irgendwann, wenn Sie dann an Frau Professor Fuchs übergeben, kriegt das Mikrofon dann wieder ein neues Häubchen. Hier hin bitten. Meine Damen und Herren, Frau Direktor Bocz hat das dramaturgisch ganz richtig gemacht, oder wie sich das gehört. Es gehört eine gewisse Steigerung in das Programm. Sie sind ja hier, um über die Ausstellung etwas zu erfahren. Und das wird Frau Professor Fuchs bieten. Ich bitte nicht in einem Wiener Chauvinismus, das unterstellen Sie mir bitte nicht, durch nur ein paar Gedanken zu Maximilian Franz, nicht im Allgemeinen, auch nicht zu seiner Musikbegeisterung, denn dazu gibt es ein großes Forschungsprojekt, das von Beethovenhaus initiiert wurde und das unter der Leitung von Frau Professor Begit Lodes steht und schon schöne Ergebnisse in Publikationen vorgelegt hat. Nein, also nicht die Musikbegeisterung von Maximilian Franz, sondern einfach seine musikalische Bildung und Ausbildung. Und das hat in Wien stattgefunden und das kann uns erinnern, dass er in Wien geboren ist und in Wien gestorben ist. Aber der Höhepunkt seines Lebens oder das Wichtige seines Lebens, mit dem er in die Geschichte eingegangen ist, in Bonn stattgefunden hat. Meine Damen und Herren, die Zitate, dass der Bonner Kurfürst Maximilian Franz Opern am Klavier durchspielt und dazu die Opernpartien singt und ein paar Streicher hat, die noch mitspielen oder dass Maximilian Franz der aufmerksamste Zuhörer bei den Darbietungen seiner Hofkapelle ist. Diese Zitate werden oft gebracht, diese Zitate unterstreichen diesen Musikliebhaber Maximilian Franz und diese Zitate sind sozusagen der allerbeste Aufhänger für das große Forschungsprojekt, das ich eben erwähnt habe. Aber er war nicht nur Musikliebhaber, er war auch entsprechend ausgebildet und da lassen Sie mich in Erinnerung rufen, dass er schon im Alter von drei Jahren Deklamationsunterricht in deutscher wie italienischer Sprache hatte und auch schon mit Deklamationen aufgetreten ist, dass er Tanzunterricht hatte, aber nicht Gesellschaftstanz, sondern Bühnentanz, pantomimischen Tanz und dass er verschiedene Instrumente gelernt hat, Klavier, Violine, dazu gehört damals auch die Viola, Violoncello, Gesang, nicht Instrumente, aber auch zum Musizieren notwendig, Gesangsausbildung und dann auch noch eine Ausbildung als Flötist gehabt hat. Dazu gibt es einiges in der Ausstellung zu sehen. Ich erwähne nur eine Kirchenmusikkomposition, die seine Mutter Maria, Kaiserin Maria Theresia für alle ihre Kinder und sich selbst bei keinem Geringen als Johann Adolf Hasse in Auftrag gegeben hat und alle Kinder inklusive Mutter haben ein Solo singen müssen. Der älteste, Josef II., der hat die Orgel gespielt. Nur der jüngste, der Maximilian Franz, bei dem hat es, der war damals sechs Jahre alt, bei dem hat es noch nicht für ein Solo gereicht, der hat nur im Tutti mitgesungen. Aber musikalische Ausbildung. Seit 1771, da war er 15 Jahre alt, hören wir, dass er der familiären Kammermusik bei Hofe die Violine oder die Viola spielt. Im Jahr darauf spielt er auch schon Cello. Er wirkt in den Nachmittagskonzerten seines Bruders, damals schon Kaiser, Josef II. mit. und seit 1776 gehören zu seinem Hofstaat auch zwei Geiger, damit er Partner für das eigene Kammermusikspiel hatte. Also das geht weit über das hinaus, was wir von musikliebenden Regenten wissen. Das ist schon etwas ganz Spezielles für ihn. Und wenn er Geschwister besucht hat, egal wo, Marie-Antoinette in Paris oder egal wo, dann ist in den entsprechenden Berichten immer zu lesen, sie haben am Abend gemeinsam musiziert. Wie vertreibt man sich die Zeit mit den Geschwistern, die man jetzt so seltener sieht, genauso wie man es zu Hause gemacht hat, als man noch wirklich zusammen war und auch seine Kavaliersreise von 1774, 75 und seine vielen Dienstreisen, die er oft in Vertretung seines kaiserlichen Bruders gemacht hat, politische Reisen, Dienstreisen ist etwas salopp gesagt, auch die sind immer musikalisch geprägt und in der Mozart-Literatur kann man natürlich lesen, dass er auf der Kavaliersreise bei seinem Aufenthalt in Salzburg vom dortigen Erzbischof eine neue Oper eigens für diesen Besuch von Wolfgang Amadeus Mozart vorgesetzt bekommen hat, Ilré Pastore, aber seit Kurzem wissen wir dank dieses Forschungsprojektes und dank der Arbeiten von Frau Kollegin Reisinger, dass auch dort Kammermusik betrieben wurde und etwas Besonderes, das betrifft schon die Endzeit seines Aufenthaltes in Wien, seines Lebens in Wien, bevor er nach Bonn übersiedelt ist, er hat 1783 öffentliche Gartenkonzerte im Garten von Schloss Schönbrunn eingerichtet und das ist adeliges Mäzenatentum auf der einen Seite, das ist aufgeklärte Denkungsweise, die Kunst, die mir Freude macht, mache ich meinen Untertanern zugänglich und das ist ein ganz wichtiges Datum für die Entwicklung des öffentlichen Konzertlebens in Wien und all das war sozusagen die Grundlage für das, was er dann musikalisch in Bonn geleistet hat und dort noch darüber hinausgehend ausgebaut hat und jetzt lassen Sie mich einen Gedanken verschwenden auf den Unterricht Beethovens bei Josef Haydn, der immer so dargestellt wird, Josef Haydn ist auf seiner Reise nach London durch Bonn gekommen, weil hier Johann Peter Salomon, sein Manager in London geboren wurde und der hat einmal so durch diese Geburtsstadt geführt. Na gut, schön, aber nie wird erwähnt, dass Maximilian Franz Josef Haydn oftmals in Wien begegnet hat, dass er sogar nach Esterhasa gefahren ist, um dort die Musik am Esterhasischen Hof kennenzulernen, dass er dabei war als 1781 Haydn in der Hofburg, in der Wiener Kaiserlichen Hofburg eingeladen war für Großfürst Paul von Russland und seine Gattin, die inkognito in Wien waren, ein Streichquartett zu spielen, dass es also sehr lange Beziehungen von Maximilian Franz zu Josef Haydn gegeben hat. Der andere weitere Lehrer Beethovens in Wien, Johann Georg Albrechtsberger, der wird oft als Notnagel dargestellt. Haydn hat schlecht unterrichtet, Haydn hat keine Zeit gehabt, Haydn hat nach London fahren müssen, der arme Beethoven ist in Wien auf der Straße sozusagen, auf der Unterrichtsstraße gestanden und dann ist er zu Albrechtsberger gegangen. Der war 1772 Hof, seit 1772 Hoforganist und der Hoforganist spielt ja nicht nur die Orgel in der Kirche, sondern der spielt bei allen höfischen Musikproduktionen das Contino am Chamberlain oder vielleicht schon am modernen Hammerflügel. Das heißt Maximilian Franz kennt den Albrechtsberger seit ewigen Zeiten. Antonia Saliere war kaiserlicher Kammerkomponist in Wien, Maximilian Franz hat mit ihm zu tun gehabt. Das heißt Maximilian Franz hat Beethoven auch für andere seiner Wiener Lehrer Empfehlungen mitgeben können oder ihm erzählen können oder ihm Rat geben können. Die kenne ich auch, wenn du hinkommst, lass sie schön grüßen. Das gilt auch für Johann Baptist Schenk, der Schüler des Hofklaviermeisters Georg Christoph Wagenseil war. Man hat natürlich hier in Bonn gewusst, dass der zukünftige Kurfürst oder der gewählte Kuradutor große Musikinteressen hat und hat sich hier auch bemüht oder es scheint mir so, dass man sich hier bemüht hat, diese Musikinteressen in Wien, die Pflege der Musikinteressen, die Möglichkeiten diese Musikinteressen in Wien in Bonn zu pflegen, dass man das auch in Wien bekannt gemacht hat. Plötzlich seit 1780 gibt es im wienerischen Diarium eine Unmenge von Musikberichterstattung aus Münster, aus Bonn, was hier stattfindet. Mehr als von jeden anderen Städten. Man will also auf diesen Umweg, auf diese Korrespondentenberichte Maximilian Franz aufmerksam machen. Hier ist musikalisch auch was los, hier wirst du schon zufrieden sein. Und ein Zitat darf ich Ihnen vorlesen. Am 16. August 1780 wurde er in Münster zum Kuradutor des Erzbistums gewählt. Und überraschend wenige Tage danach konnte man im wienerischen Diarium lesen, wie diese Wahl stattgefunden hat und auf dem hiesigen Stadttheater am Abend der Wahl ein allegorischer Prolog betitelter Blick in die Zukunft, wozu durch hiesige Kapellmeister Herr Herford die Musik gesetzt und so dann das Schauspiel Josef der Gute mit allen Beifallen aufgeführt. Maximilian Franz konnte beruhigt sein, dort ist musikalisch auch was los, da gehe ich gerne hin. Damit bin ich schon am Ende meiner Ausführungen. Diese musikalische Bildung, diese musikalische Ausbildung, die er hier mitgebracht hat, war natürlich ein Idealfall für die Hofkapelle. Er hat es geschaffen, ihm ist es gelungen, dass die Hofkapelle eine große musikalische Anziehungskraft hatte. Er hat Musiker von weit her bis aus Prag an diese Hofkapelle herangezogen. Er hat eine überregionale Ausstrahlung und Anziehungskraft gegeben und er hat den Musikern der Hofkapelle, allen voran Beethoven, aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und Möglichkeiten die bestmögliche Ausbildung gegeben. Eine ganz unhistorische und unwissenschaftliche Frage am Schluss. Was wäre gewesen, wenn Maximilian Franz noch länger hier in Bonn der Regent hätte sein können? Danke sehr. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen nun die Highlights aus den über 80 Leihgaben aus Archiv, Bibliothek und Sammlungen der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien vorstellen, die wir zu dieser Ausstellung nach Bonn gebracht haben. Vorausgeschickt werden soll zunächst eine allgemeine Bemerkung. Nur in den Beständen der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien gibt es eine solche Vielfalt, ja Vielfältigkeit an musikalischen Objekten, nämlich nicht nur Musikautografe, Briefe, Erstaufsgaben von Musikdrucken, historische Bücher, Musikzeitschriften und so weiter, sondern auch Bilder, Ölbilder und Grafiken und Erinnerungsgegenstände, die die Noten und schriftlichen Dokumente illustrieren und lebendig machen. So werden zum Beispiel zu den in Bonn entstandenen Skizzen einer Beethoven-Komposition nicht nur deren später entstandenen Skizzen später gedruckte Erstausgabe gezeigt, sondern auch Bilder des Widmungsträgers oder von anderen mit dem Werk in Zusammenhang stehenden Personen oder Orten. Bei der Konzeption der Ausstellung habe ich insgesamt versucht, die verschiedenen thematischen Bereiche jeweils von mehreren Seiten zu beleuchten, um einen möglichst umfassenden Gesamteindruck zu ermöglichen. Doch nun zu den Highlights, zu denen natürlich in erster Linie die acht Beethoven-Autographe zählen, die wir aus Wien nach Bonn gebracht haben und die hier in der Ausstellung im Original gezeigt werden. Das sind zunächst jene in der Bonner Zeit entstandenen Kompositionen Beethovens anzuführen, die die Ausgangsbasis für seine Studien bei Josef Heiden waren beziehungsweise am Beginn seiner Karriere in Wien standen. Als erstes sei der Entwurf zum Schlusschor der Kantate auf den Tod Kaiser Josef II., dem Bruder des Kurfürsten Maximilian Franz erwähnt, der 1790 verstorben ist. Beethoven hat die bei ihm bei ihm in Auftrag gegebenen Kontate Josef Heiden bei dessen Aufenthalt in Bonn als Arbeitsprobe seines Könnens gezeigt. Sie war also die Initialzündung für den später bei ihm in Wien aufgenommenen Unterricht. Ferner sind die Skizzen zu den Klaviersonaten Opus II zu nennen, die Beethoven seinem Lehrer Josef Heiden gewidmet hat und zu jener Zeit entstanden sind, als er sein Schüler in Wien war. Besonders bemerkenswert sind die am oberen Rand von Ludwig van Beethoven geschriebenen Worte, die wohl einen Ausspruch seines Lehrers Heiden wiedergeben und neben der zum Ausdruck gebrachten positiven Zukunftsperspektive Beethoven vielleicht zur weiteren Ausarbeitung der hier skizzierten Werke animiert haben. Zitat Noch ein halbes Jahr in dem Kontrapunkt und er kann arbeiten was er will. Von besonderem Interesse sind weiters die Studienblätter Beethovens aus dem Unterricht bei Josef Heiden, Johann Georg Albrechtsberger und Antonio Salieri. In den Kontrapunkt Studien bei Heiden finden sich fast keine Korrekturen desselben, denn der Unterricht erfolgte hauptsächlich mündlich. Dieser war nicht primär dem Kontrapunkt, sondern den Grundlagen der freien Komposition gewidmet und bestand in der prüfenden Durchsicht vorgelegter Kompositionen. So übersandte Heiden Kurfürst Maximilian Franz im November 1793 fünf Kompositionen Beethovens, Zitat, als empfehlenden Beweis seines außer dem eigentlich Studieren angewandten Fleißes. Bei diesen Kompositionen handelte es sich großteils um bereits in Bonn entstandene und aufgeführte, allerdings jedoch um offensichtlich im Unterricht mit und unter Aufsicht von Heiden zum Teil erheblich überarbeitete Werke, was der Kurfürst jedoch nicht bemerkte und entsprechend erzürnt über den scheinbar mangelnden Fortschritt war. Das Studienblatt vom Unterricht bei Johann Georg Albrechtsberger vermittelt einen ganz anderen Eindruck. Nachdem Josef Heiden im Jänner 1794 Wien Richtung England verlassen hatte, begann Ludwig van Beethoven auf dessen Empfehlung den gründlichen Unterricht bei Johann Georg Albrechtsberger, der den bei Heiden begonnenen Unterricht fortsetzte und ergänzte, indem er seinem Schüler nun systematisch mit den Satzregeln vertraut machte. Das umfangreiche Konvolut dokumentiert die Ernsthaftigkeit von Beethovens Studien, wobei Albrechtsberger die ausgeführten Übungen gewissenhaft korrigiert und kommentiert hat, was auf dem in der Ausstellung gezeigten Blatt deutlich zu sehen ist. Das dritte Studienblatt stammt aus dem Unterricht bei Antonio Salieri, bei dem Beethoven die Vertonung italienischer Texte lernen wollte. Salieri legte ihm diverse Texte von Pietro Metastasia vor, die Beethoven in steigender Stimmenzahl zu vertonen und jeweils mit einer neuen Melodiestimme zu versehen hatte. Salieri korrigierte, wie man auf dem ausgestellten Blatt sehen kann, immer nur die tragende Oberstimme. Die restlichen Korrekturen überließ er seinem Schüler. Doch noch drei weitere Beethoven Autografe aus der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien werden hier in der Ausstellung gezeigt. Als erstes das Fragment eines in den letzten Bonner Jahren komponierten Violinkonzerts, bei dem die unter Anführungszeichen verbogenen Lotenlinien auf der linken Seite der ersten Autografseite ins Auge springen, die durch die ungenaue händische Rastrierung bei der Herstellung des Notenpapiers entstanden sind. Ferner habe ich Skizzen zu zwei in Bonn entstandenen Variationen Werken Beethovens ausgewählt. Waren doch Variationen über erfolgreiche Nummern aus Opern bei den Musikliebhabern der damaligen Zeit überaus beliebt, was sich auch Beethoven zunutze gemacht und etliche Werke in dieser Gattung komponiert hat. Von besonderem Interesse sind die Variationen über Se Wall Ballare aus Mozart's Le Notze di Figaro, wobei das Thema der Cavatine auf dem Skizzen Autograf leicht zu erkennen ist. Beethoven hatte in der Saison Oktober 1789 bis Februar 1790 in Bonn bei vier Aufführungen des Figaro als Pratschist mitgewirkt, war also mit dem Werk bestens vertraut. Die Erstausgabe der Variationen wurde schließlich im Wiener Verlag Artaria im Juli 1793 mit der Prominenten Opus Nummer 1 publiziert und wird in der Ausstellung ebenfalls gezeigt. Die Komposition ist Beethovens Bonner Jugendfreundin Eleonore von Bräuning gewidmet, die er im Klavierspiel unterrichtet hatte und in deren Familie der junge Beethoven freundschaftlich liebevoll aufgenommen worden war. Ein Jahr nachdem er Bonn verlassen hatte, um in Wien bei Heiden zu studieren, informierte er Eleonore von Bräuning in einem ausführlichen Brief über die Widmung des Werkes an sie und schlägt ihr Erleichterungen bei den spieltechnischen Schwierigkeiten vor. Der originale Brief aus dem Beethoven Haus Bonn ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Das zweite Variationenwerk, das hier mit Autographenskizzen aus dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde präsentiert wird, übrigens die einzige dazu erhaltene Autographen Quelle, komponierte Beethoven über eine populäre Nummer aus der komischen Oper Das Rote Käppchen von Karl-Dieters von Dittersdorf, die ab Februar 1792 überaus erfolgreich am Programm der 1789 eröffneten Bonner Nationalbühne stand. Auch in dieser Produktion hat Beethoven als Bratschist im Orchester mitgewirkt und sich so zu den Variationen inspirieren lassen. Neben diesen acht Autografen Highlights könnte man noch jede Menge andere interessante ja einzigartige Objekte aufzählen, die in dieser Ausstellung gezeigt werden, deren Besuch ich Ihnen ans Herz legen möchte, damit Sie diese Schätze in Natur sehen und studieren können. Und zwar handelt es sich bei sich bei nicht nur um Werke von Beethoven wie zum Beispiel die überaus seltene 1783 erschienene Erstausgabe der sogenannten Kurfürstensonaten, die der laut Titelblatt elfjährige tatsächlich 13-jährige Beethoven dem Kurfürsten Maximilian Friedrich gewidmet hat. Aber auch um Manuskripte von Kompositionen von Ferdinand Graf Waldstein einem der bedeutendsten Förderer und Unterstützer Beethovens sowohl in seiner Bonner Jugend als auch bei seiner Etablierung in Wien. Hervorzuheben ist auch Beethovens Lehrer Christian Gottlob Nefe von dem neben dem Autograf seines Melodrams mit dem Titel Sofonispe noch etliche weitere mit ihm und Beethoven in Zusammenhang stehende Objekte gezeigt werden. Aber auch Beethovens Musikerkollegen aus der Bonner Hofkapelle die später als erfolgreiche Komponisten hervorgetreten sind wie Andreas Romberg Bernhard Romberg Ferdinand Ries oder Anton Reicher werden mit Erstausgaben und Bildern präsentiert. Abgerundet wird die Musikabteilung der Ausstellung durch überaus zahlreiche bildliche Darstellungen die von ikonografischen Belegen des jungen Beethoven bis zu Stadtplänen und Ansichten Wiens reichen. Denn nicht nur Beethovens Bonner Zeit sondern auch seine ersten erfolgreichen Jahre in Wien werden ausführlich dargestellt. Ein Schwerpunkt widmet sich zum Beispiel seinen öffentlichen und privaten Wirkungsstädten wobei drei originale Anschlagzettel zur musikalischen Akademie das sind Konzerte vor 1800 in denen Beethoven aufgetreten ist zu sehen sind. Ein anderer Schwerpunkt zeigt die freundschaftlich mit ihm verbundenen adeligen Förderer wie vor allem Moritz Graf Lichnowski sodass Beethovens Stellung in der damaligen musikalischen und gesellschaftlichen Szene dokumentiert und illustriert wird. Das letzte Highlight auf das ich Sie hinweisen möchte ist ein Pfeifenkopf aus Porzellan aus dem Jahr 1802 mit dem damals aktuellen Jugendbildnis Ludwig van Beethovens. Dieses basiert auf dem kurz zuvor in Wien erschienenen Punktierstich von Johann Neidl dem ersten auf den Markt gekommenen Porträt des jungen Musikers. Ein einzigartiges Dokument für die frühe Popularität und Verehrung Ludwig van Beethovens. Abschließend möchte ich Sie nochmals sehr herzlich einladen diese umfangreiche und eindrucksvolle Ausstellung zu besuchen und ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse. Vielen Dank. Normalerweise würde ich natürlich nach diesen wunderbaren Beiträgen jetzt sagen, genießen Sie sofort die Ausstellung, essen Sie noch etwas, trinken Sie noch etwas und gehen Sie dann sozusagen mit aufmerksamen Sinnen durch die Ausstellung und gucken sich dieses oder jenes, was Frau Professor Fuchs erwähnte, was Sie hier vielleicht gesehen haben oder eben die Ausstellung in ihrer ganzen Vielfalt und Komplexen an. Aber Sie wissen es, die Ausstellung ist nicht hier, deshalb muss ich Sie alle dann ab Eröffnung sozusagen des Hauses ab morgen 13 Uhr bitten, es möglichst häufig aufzusuchen. Dank der großzügigen Unterstützung werden wir auch nur ganz wenige Schließtage haben, wenn sie uns nicht von anderer Seite aufoktroyiert werden, aber so wie es vorgesehen ist, wird tatsächlich nur 24., 25. und 31. 12. geschlossen und sonst hat sie zu unseren Öffnungszeiten immerfort offen und wie gesagt, ich glaube, Frau Professor Fuchs hat nicht zu viel versprochen, es ist in diesem kleinen Rahmen glaube ich eine wirkliche Preziose, die jetzt hier im Beethoven-Jubiläumsjahr zu Beethoven in seiner Bonner Zeit und in seinen Wiener Anfängern auch schon gerade erzählt, auch durch dieses Missing Link ist es natürlich nicht, sondern aber durch diese zentrale Verbindung durch den Grafen Waldstein hier eben großer Förderer in Wien sozusagen der Weg Bereiter, ohne dass er dann auch selbst in Wien gewesen wäre, aber allein die Tatsache seines Dahinterstehens öffnete Beethoven natürlich in Wien die Türen, also all diese Dinge können Sie in der Ausstellung sehen, auch nachhaltig erfahren und ja, ich hoffe, Sie kommen zahlreich und ich freue mich auch, dass Sie alle heute aufgrund meiner, mir, dass Sie alle da sind, wirklich sehr wichtigen Einladungen heute hier hinzukommen, auch gekommen sind. Ganz vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus